Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Farquay 3, jawohl, mein Name ist Kabur und wir müssen... Ja, wir sitzen irgendwie hier direkt am Punkt. Wir haben uns doch hier schon das ganze Syntax, die ganzen Dinger mitgenommen, oder nicht? Ja, wir haben sechs Stück. Da haben wir Minensechs, haben wir doch alles. Was ist denn sein Problem jetzt? Das tut weh! Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nicht weh tut. Wie geht es denn nach da oben? Ich habe keine Ahnung. Gleiche plündern. Minikit, Munition. Schusssichere Weste, jawohl, so gefällt mir das. Komm her, du Arsch. Okay. Man, hör auf zu schießen und zeig dich. Dann halt so. Wenn es anders nicht geht, dann müssen wir es halt so machen. Jetzt plündern wir aber hier mal ein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Kohle einsammeln. Oh, da kommt was. Alles klar. Nehmen wir uns natürlich auch mit. Hier hätten wir nochmal Minen und so. Das Geld nehmen wir uns auch mit. Was haben die denn geraucht, die Jungs? Was haben die denn geraucht, die Jungs? Oh, feuerlöschen. So, das war's mit dem. Alles klar, weiter geht's. Oh. Erstmal nachladen. Immer alle Waffen jetzt hier nachladen, würde ich sagen, Leute. Die ist voll. Und die ist auch voll. Alles klar, weiter geht's. Wir brauchen aber die. So, was hast du hier bei dir? Alles klar. Feuerlöscher. Den Flammenwerferfeuerlöscher. Ja, genau das Gegenteil. Mann, stirb doch. Okay. Oh nein. Kröter's. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich hab genug Sprengstoff. Da wollen wir hoffen, ne? Mehr konnte ich ja nicht tragen. Okay. Okay. Und hier ist nur noch einer. Den töten wir mal grad. Okay. Scheiß Köter. So, und jetzt gehen wir erst einmal ganz kurz bei. Und... Wir haben hier ein paar Kräuter gesammelt. Ja, gut. So war voll. Ein paar E's gefunden. Sehr schön. Ziemlich, ziemlich... Eier, alles voll mit Kippen und Geld hier. Den können wir nicht anziehen. Nehmen wir jetzt mal die Kiste noch mit. Was geht denn jetzt hier ab, bitteschön? Ein paar Gas-Pulz. Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Der schützt für den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Ja, was geht denn jetzt hier ab, bitteschön? Gleichzeitig, guck mal. Undo? Die Kavallerie ist gelegt. Die Kavallerie ist gelegt. Nein! Ach, Leute! Mann, das ist doch... Ich fährt gerade Nabelo, echt. Da zielt es auf den drauf und die Raketenwerfer fliegt da durch, ey. Mann, 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 ey. So, gut, nochmal. Ach, sowas kann ich nicht ab, echt nicht. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Boah, ja. Mein Gott. Vorhin konnte ich mich doch hier auch in Ruhe bewegen. Heilige Scheiße. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin heute der Held, ey. Ich werde gerade Nabelo hier, ey, weil... Mh, beschütze das G4! Statt einfach zu zünden, die Scheiße! Oh, du bist schon mal dauerne Scheißvieh. Oh! Ja, ja, wo habe ich denn hingeschossen? Das war nichts. Nur kurz für den... Boah, ja. Ey, Leute, kommt, ey. Was für ein Buggy ist das denn schon wieder? Heilige Scheiße! Fresse jetzt da oben! Gebe ja halt voll auf den Piss hier alles. Mann, 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 ey. Sowas kann ich ja ab. Werde ich aber hier erstmal alles durchsuchen und mir so viel wie möglich auffüllen. Weil gegen diese dicken habe ich nichts, wo ich sie mit zerstören könnte. Gar nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mehr geht nicht. Noch vier. Aha, da muss man öfters drauf drücken. Alles klar. Zum Ende des Spiels habe ich es jetzt auch mal verstanden. So, nachladen. Okay. Hier haben wir noch eine schusssichere Weste. Einmal heilen können wir uns auf jeden Fall. Ja, nur wo setze ich mich am besten hin? Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. So, wenn ich mich hier hinsetze, könnte ich sie von hier alle wegrotzen. So, den Granatenwerfer haben wir hier. Oder wir gehen hier hinter die Kiste. Ja, da muss ich gucken. Auf jeden Fall darf ich nicht von hier oben weggehen. So, los geht's. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Der Schritt für den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Ja, das für den Sprengstoff, bis ich da bin. Und jetzt bin ich da. Doch15, was systemlos ist. Ach, mein Gott, ey. Ich kack, du blöder Wichser. Hilft der mir jetzt oder ist der feindlich? Naja, keine Ahnung. So, eingestiegen. War eigentlich ganz einfach. Und. So. Wird schon gut gehen. Hä? Okay, jetzt haben wir alle keine Kommunikation mehr. Gut. Triff mich am Tanklager. Da wird es wieder lustig. Na dann los. Eins, zwei, drei, spring! Spring! Jason. Dennis, ich hab meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit heut? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason, du bist ein Radjadkrieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht. Wir sind jetzt deine Familie. Okay. Hm. Würde ich aber auch anders sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier unten haben wir auf jeden Fall ein Relikt. Deswegen fliegen wir hier mal hin. Was ich wohl vergessen habe unterwegs, ne? Komm schön landen. Ja, perfekt. Hat doch gekloppt. Ja, Raketenwerfer wegstecken. So, irgendwo haben wir hier unser Relikt. Da haben wir die Kiste. Und da höre ich es doch schon. Erste Hilfe. Hä? 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 Ach, da steht es doch. Mein Gott. Ich bin da blöd, Mann. So. Das haben wir dann auch. Dann können wir uns hier vorne noch gerade das grüne Kraut holen. Jawohl. So. Dann gehen wir mal bei. Und guck nochmal. Wir haben gerade ja nochmal einen Fertigkeitspunkt. Bekommen sogar zwei. Das bedeutet, wir können Doppeltot von unten. Ja, den nehmen wir mit. Alles klar. Mit F. Jo. Kennen wir. Und Revolverheld. Takedown. Nimm einen Gegner seine Pistole ab. Und töte ihn damit. Alles klar. Machen wir auch. W.A.S.D. Töten. Takedown. Abbrechen. Haben wir auch. Dann können wir nochmal ein paar Spritzis herstellen. Alles klar. Auch fertig. So. Wo soll es dann nächstes Mal weitergehen? Äh. Da. Gut. Dann gehen wir zum Camp. Schon gar nicht schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Nur, dass da auf einmal so viele Leute kommen. Und, ach. Das war ein bisschen doof, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut. Was soll's. Hat alles super geklappt. Ich konnte mich jetzt nicht so beschweren. Es wird auf jeden Fall so langsam geht es zum Ende zu. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei F.A.Q.I.3. Mein Name ist Nabu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.